Moin Bürger! Willkommen zurück beim LWTL und Moin Kalberler. Moin Moin. Wir sitzen in einem Raum, deswegen kann es sein, dass es ein bisschen nachhaltend mit Mikro. Aber wir begeben uns jetzt auf die Suche nach einer Endfestung. Bist du bereit Kalberler? Bin ich, auf geht's. Na dann. Ja, Enderdrachen hat man ja besiegt, ein Gewürge war das, aber wir haben es dann doch geschafft. Oh, diese blöden Endys. Auf jeden Fall. Ach siehst du, und für das Transitportal braucht man ja auch die Enderperle. Gut, dass wir die mitgenommen haben. Sehr gut. Ach so, da ist die Treppe. Ich sehe. Nice, nice. Ein Transitportal. Na dann, reisen wir mal auf gut Glück. Bist du bereit? Wo bist du? Ja, ich muss jetzt auch noch mal die zwei Stubeln verwenden. Ach so. Bin da. Hä? Wieso geht das denn? Oh. 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 Ach so, das ist eine Perle? Ja, ja. Könnte natürlich auch ne Perle werfen, aber es macht ja nicht so Sinn, weil wir müssen ja auch zurück. Haha, das ist natürlich sehr problematisch. Ich baue einfach geradeaus. Ich baue von drüben eine Treppe hoch. Ich baller mich rüber. Alles klar. Und erstmal auch hier die Chorus-Pflanze. Haben wir ja noch gar nicht. Wir brauchen ja die Früchte, damit wir sie anbauen können. Gesundheit Plaster. Ja Plaster hat keine Lust mehr auf Ende, aber ich glaube sie ist trotzdem noch auf dem Server. Und farmt noch ein bisschen rum. Au. Ja, zwei Chorus-Frucht-Blüten habe ich. Ich tu sie gleich mal in die Truhe saven. Oh, die Endermen nerven gar nicht. Das ist sehr utopisch. Na fast. Müssen wir dann aber auch hochzubauen. Okay, wir haben uns jetzt für keine Richtung entschieden. Ich würde aber auch einfach Zufallsprinzip... Oh. Autsch. Oh nein. Das war doch aus Versehen, Andy. Oh. Du Fosse. Muss ich dich halt töten. Gut, dass ich schon nen Save-Point gebaut hatte. Hey. Richtig. Alles klar. Einwandfrei. Na dann lass einfach mal in eine Richtung weiter. Also ich würde sagen hier in die Richtung weiter, oder? Alles klar. Einfach schon. Das ist schon ne Herausforderung, dass man nicht wie auf Servern so mal ein bisschen TP schnell... Oh, ich bin so... Ich hab so Angst, dass ein Lack kommt. Und ich runterfalle. Oh. Oh. Schau her. Jawoll. Einwandfrei. Aber hat sie ein Schiff? Ja, es ist ein Schiff, oder? Ne, es lädt noch. Näher ran. Es sind näher. Hat sie ein Schiff? Hat sie ein Schiff? Sieht nicht so aus. Nein. Oh. Du warst das. Warte, ich baue nen Turm. Komm zurück. Ach so scheiße. Komm schnell zurück. Du hörst. Du hörst. Aber du findest zurück. Es war nicht so weit. Ne, ich sammel dein Zeug ein. Kommst du so her geflitzt? Ich denk mal schon. Aber du müsstest trotzdem den Andy töten, oder? Ne Weile ist er trotzdem noch aggro. Ich hab all dein Zeug. Ich mach hier ne kleine Base. Jupp. Kalberle ist wieder da. Und wir gehen mal schauen in die Festung. Ach, hier sind ja die ersten zwei schon. Ich hab ne Schale. Ne Schalker Schale. Ich auch. Nice. Warte mal, dann machen wir erstmal was wichtigste. Schalker Schale rein. Jawoll. Hast du? Ja. Nice. Wir haben schon unsere erste Schalker Box. Aber das klären wir jetzt hier natürlich. Nächste. Und dann musste man schnell sein, ne? Ja. Beziehungsweise. Na gut, ich hab keine Steine. Man könnte halt auch. Na, wenn so ein trifft, schwebt man eh hoch. Ah, das waren mehrere. Ich glaub, das ging so einfach nie. Boah. Oh nein, das sind zu viele. Vergiss es. Okay, wie kommen wir jetzt wieder runter? Na, ich schweb noch nie. Ah, bist unten. Gut. Na, einer hat wieder geschmissen. Ah, nice. Gute Idee. Zumachen. Und dann? Von außen rangehen? Von außen, genau. Aber außen werden auch welche sein. Einer fehlt. Ist aber einfacher von außen die anzugreifen. So ist zu. Ja, na klar. Ja. Ja, irgendwo werden da auch welche sein. Sicher. Ah, hier die schönen Stäbe. Huch, wäre ich fast runtergeflogen dafür. Die gehen da so ganz leicht abzubauen, stimmt. Schön. Die muss ich einsammeln. Nice. Die fand ich gut, als die dazu kamen in dem Update. Die machen so ein schönes Licht. Oh, wow, 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 da ist ganz schön was los. Ja. So ist es. Wahnsinn. Ich glaub mit Pfeil und Bogen ist man da weniger erfolgreich. Ich hab grad einen abgeschossen. Ach so, geht. Ja, aber wir müssen halt den Loot auch einsammeln, ne. Als erstes müssen wir den einen außen hier noch glatt machen. Na, ich seh einen. Ist einer tot? Allerdings liegt denn sein Looter da. Den muss ich mir holen. Der Teufel komm raus. Oh, war das ne gute Idee? Nein. Schieß ich mir dann mit der Enderpelle wieder rum. Die sind solche ekligen Warzen. Äh, wie Silberfische. Aber nicht. Hier. Au. Oh Gott, die sind zum Glück One-Header. Oh, nice. Auch ein bisschen Gestein. Das, das, die. Oh, das ist ein ganz schönes. Wir wirken uns da immer durch. Aber es geht. Irgendwie geht's doch. Hab einen. Ich spiel das jetzt nicht so dran. Ich hab noch einen. Oh, schwebe. Scheiße, schwebe hoch. Ja, ich bin entspannt. Gut. Alles cool. Oh, runtergefallen. Hab mal Essen. Aber hey, da drüben geht der Weg rüber. Hier gehen doch Wege rüber. Oh. Ja, das sind bestimmt Reparaturbücher und so. Oh, Mist. Jaaaa. Oh, fuck. Ah. Autsch. Nein. Was tue ich? Sterben. Nee. Nein. Ich sterb. So rein. Rein. Ja, das ist klar. Ah, jetzt verstehst du den Schiff. Ja. Oh, bin ich krank? Was mache ich? So, hier ist sogar eine Endertruhe, Schwerter, Helm, Wasseraffinität, Schutz, Diamanten, gleich alles rein tun, bevor ich hier sterbe. Ja, der hat sich teleportiert. Die kann sich ja teleportieren, ne? Schalker. Ernsthaft? Ja. Oh, das ist ja nicht. Wo ist denn hier noch einer? Bestimmt außen an der Fassade. Ne, mit Sicherheit. Ah, Enderschiff. Ist das ein Schiff? Das ist ein Schiff. Alter. Alter. Oh, vom feinsten. Ist nur ein Team von Rübe. Nice. Also da waren wir noch nicht. Alter Falter. Nice. Na aber sowas von. Ist das der Hammer. Aber da ist halt auch eine Schalkerbox, ne? Ja. Ja, deswegen müssen wir uns beeilen. Ja, ich ziele auf die. Ist weg. Das ist aber eine zweite. Oh, oh. Okay. Jetzt muss die Ender Panelis richten. Oh, ich bin im Schiff drin, der Wolf. Mach mal von innen den Schalker kaputt. Ah, ich hab ihn. Alles klar. Boah, vom Wolfs mich auch immer trifft. Aber lass mich nochmal zeigen für die Aufnahme. Lass es zeigen. Na, das Schiff und Ellie drehen und so. Ja, klar. Woher? Ist da noch einer? Erstmal hier Direktheilung im Braustand. Nice. Wo ist er? Wo hat das Finn teleportiert? Keine Ahnung. Ja. Und hier hängt der schöne Ellie drehen. Kisteninhalt. Nice. Fluch der Bindung. Rückstoß, Verbrennung, Bann. Na ja. Schutzhaltbarkeit, Pferderüstung. Na ja. Und ein Ellie drehen natürlich. Der Wahnsinn. Nice. Und wir müssen natürlich auch vor zum Drachenschädel. Oh ja. Stimmt. Der ist da vorne irgendwo dran. Den hab ich gerade vergessen. Wie kannst du nur den Drachenschädel vergessen? Wo war er denn? Ach ja, hier ist er. Der Drachenschädel. Nice. Ist hier noch ein Schalker? Nö. Mach trotzdem halt ne Stufe weiter unten. Irgendwo ist er noch, aber der hat sich ein Stück weg teleportiert. Damit er nicht sinnlos runterfällt. Da. Boah. Leggy. So. Oh nein, er ist runtergefallen. Ich könnte quatzen. Also ab nach unten. Oder beide. Ich hab sie. Ich hab'n. Oh nice, wir haben's gerockt Bürger. Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut. Huiuiui. Nice. Sehr schön, sehr schön. Ich würd sagen, es war sehr erfolgreich. Auf jeden Fall. Sehr, sehr erfolgreich. Also in so kurzer Zeit. Nicht schlecht. Da haben wir sonst länger für gekämpft. Oh ja, stimmt. Und dann findest du kleine Festung, wo kein Schiff ist. oder Mini-Festung, wo fast überhaupt gar nichts ist. Und ja. Dann düsen wir nach Hause. Und dann kann man ja mal diese Schalker-Box austesten. Ja. Guter Fan. Da kann sich jeder für eine Farbe entscheiden. Dass man die auseinander halten könnte. Das ist perfekt. Und dann ist das schon mal ein ganz anderes Spiel mit so einer Schalker-Box. Ich nehme übrigens Orange. Karpala wieder da und ab auf dem Weg nach Hause, oder? Ja. Let's go. So, da haben wir unseren Elytren zu Hause. Sind zu Hause. Plastifuchs war doch noch am rumbasteln. Aber jetzt bauen wir mal unsere erste Schalker-Box, oder? Ja. Lass das mal austesten. Ja. Das kann man dann einfach... Also es ist ganz einfach. Kiste in die Mitte. Schalker-Schale oben. Schalker-Schale unten. Violette Schalker-Kiste. Und mit Farbstoff kann man sie dann färben, wie man mag. Ach, man kann sie nicht stacken. Alles klar. Willst du auch welche haben? Gib dir mal zwei. Ich kann für jeden zwei machen. Oder? Ja. Für mich erstmal nicht. Ich muss nur so Vorrat haben, kann ich schaden. Und jetzt kann ich mir die mal Orange machen. Nice, nice, nice. Das hatte ich so ersehnt. Orange. Schalker-Box. Achso. Ja. Orangene Schalker-Kiste. Nice. Nice. Bist du in der Nähe? Willst du es mal sehen? Kannst du dann jeder auf die zugreifen? Wo bist denn du? Ja. Er ist eingeschlafen. Instant. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Aber hier. Test, test. Read. Ah, sieht das nice aus. Nein. Kann man ja noch rum testen. Aber sehr nice. Sieht so geil aus. Ha ha ha. Ha ha ha. Wir haben es geschafft. Ich sag mal, gutes Nächtle. Kalberla schläft schon. Mit Kopf an der Wand. Ja, ja fast. Ich sag mal, bis zur nächsten Session. Bis denn denn und ciao. Ciao.